Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und endlich wieder mit einem neuen Video und jetzt holen wir erstmal auf, was wir verpasst haben. Denn letzten Donnerstag, ich befand mich noch mitten im Umzug, da kam ein neues Hinweisbild. Ihr seht es hier von Super Mario Odyssey und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, endlich mal wieder meiner Meinung nach ein Bild, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt relativ einfach. Man erkennt hier eigentlich relativ schnell, um was es sich handelt. Wer jetzt hier noch Probleme hat, es kann doch eigentlich nur das verlorene Land sein und das sind diese Krabbler-Raupen-Viecher, die sich immer so zusammenziehen. Diese bunten Dinge, die gibt es eigentlich nur dieses eine Mal im Spiel und auch wenn wir uns den Tipp hier unten angucken, der jetzt hier unten steht, dann lesen wir dort eigentlich fast das, was es oder besteht, die bunten Kreise heben sich von den braunen Teilen auf diesem Bild ab. Wenn du genau hinsiehst, bemerkst du vielleicht, dass es nicht einfach ganz normale Kreise sind. Genau, es hat einen Kopf, es hat einen Schwanz, also verlorene Land, wir reisen hin, ich zeige euch dann, was wir dort finden. Ah gut, es ist ein Pixel-EG, wie immer. Was soll's. Cool ist es trotzdem, Intro ab. Ja, wenn wir im verlorenen Land sind, dann geht es hier zum Sumpfügel. Das ist unser Schnellreisepunkt und das Schöne ist, direkt an diesem Schnellreisepunkt befindet sich auch der Pixel-EG. Ihr werdet es jetzt hier sehen, hier sind diese beiden raupenähnlichen Gegner, sage ich mal, die wir auch kapern können. Und, ähm, ja, wenn man sich das jetzt hier so anguckt, dann ist doch etwas irgendwie anders. Wir können hier mal rüberspringen, dann sehen wir die beiden von oben, so ungefähr sieht ja auch das Bild aus. Und, ähm, ja, wir müssen wie immer natürlich eine Stampfattacke ausbüllen, natürlich jetzt nicht hier. Ähm, denn das Ganze ist ein ganz klein wenig anders, als es aussieht auf dem Bild. Ich kann das hier nochmal zeigen, in den Hinweisen, da sehen wir das. Und da fällt auch auf, alles klar, der Pixel-Easy befindet sich hier zwischen dem roten und dem gelben Kreis. Und das ganze Gebilde ist einfach mal auf den Kopf gedreht. Also das heißt, wir müssten das Ganze hier einmal umdrehen. Und das können wir ja mit der Kamera ganz einfach machen. Und wir müssen dann nur noch darauf achten, dass halt der, dieses Raupenvieh hier in die richtige Richtung läuft. Das wird dann hier so sein. Hier sieht es hier so roten und dann Stampfattacke ausgeführt an dieser Stelle. Und voilà, da ist er, unser kleiner Pixel-Easy. Wir kriegen wieder unsere Münzen. Und ja, das war's, nächste Hinweisbild gedeutet. Wie gesagt, meiner Meinung nach, diesmal wieder ein sehr, sehr einfaches, nachdem die letzten drei Bilder dann doch ein wenig schwerer waren. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ich bin wieder da. Ihr seht jetzt hier noch ein anderes Video. Links abonnieren, rechts rein da. Ich bin Herbert, sage danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao.